Frank, ich glaube, da ist was passiert. Mama! Otto! Wo ist die Mama? Ist die noch drin? Wunderbar, ist die Nicole da noch drin? Die Feuerwehr ist gerade dabei. Es ist halt nicht leicht. Mama, du kannst da nicht rein. In den Motor rein? Das ist halt zu gefährlich. Meine Mama ist da drin. Es tut mir leid. Ja, wenn deine Mama nicht ganz so adipös, also fettleibig. Also, wenn sie noch ein bisschen mobiler gewesen wäre, dann hätte sie es vielleicht sogar noch raus geschafft. Sie hat wahrscheinlich gar nicht mehr so viel gespürt, als sie verschmort ist, weil sie davon im Gewalm schon ganz benebelt war. Falls aber nicht, war das sicher kein Spaß. Ja, das war jetzt wahnsinnig mitfühlend. Herr Dr. Brunheim, ich glaube, Sie können da jetzt auch nichts mehr machen, oder? Gute Nacht. Oh!